Datha Digambarasana ist die Stellung des luftbekleideten Datha, Abkürzung für Datha Treha. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier beuge deine Knie und gib die Oberschenkel übereinander, sodass ein Oberschenkel über dem anderen ist und die Knie praktisch übereinander sind, wie in Gomukasana. Anschließend fasse mit den Händen auf die Füße und setze ganz gerade. Das ist Datha Digambarasana Nummer 1. Datha Digambarasana ist Nummer 2. Komme zum Lotus-Sitz. Dann fasse mit deinen Händen um die Füße. Fasse mit der einen Hand unter den einen Fuß und mit dem anderen unter den anderen Fuß. Haltet aber den Rücken gerade. Das ist Datha Digambarasana Nummer 2. In beiden Stellungen schaust du zum Punkt zwischen den Augenbrauen und meditierst über das Unendliche. Datha Digambarasana Nummer 3. In Bareten hingegen 10. Inудь die Datha Digambarasana Nummer 4. In Ordinary. D purchase mitאנ in Ordinary. Dadaş auch mit einemυ enforceable Knie. D 통 Coalition haben bereits Duales 8. In drei Euro kar avez gekffic interesse